Und Rafe hat eine Kopie davon. Ja, aber bis Rafe das verstanden hat, sind wir längst auf dem Weg nach Libertalia. Ich sag's dir, dieser Schatz gehört so gut wie uns. Oh, Mist. Wie läuft der Job in Malaysia, Nate? Du bist wohl vom Kurs abgekommen. Ellen Rice, ist nicht so, wie es aussieht. Wirklich? Denn es sieht so aus, als wärt ihr auf der Suche nach Henry Averys verschollenem Schatz? Und bei den vielen Shoreline-Soldaten, die in der Stadt rumlaufen, seid ihr doch bestimmt nicht die Einzigen, die da nach suchen. Okay, also, es ist wohl doch so, wie es aussieht. Aber ich kann das erklären. Oh, jetzt. Das hört sich jetzt vielleicht verrückt an. Nur zu. Also, zuerst mal, ähm... Das ist... Sam. Sam Drake. Mein Bruder. Hi. Tut mir leid. Ich dachte, er sei in Panama im Gefängnis gestorben. Aber da lag ich offensichtlich falsch. Er saß 15 Jahre lang da drin, und das meinetwegen. Und der Typ, der ihn rausgeholt hat, will viel Geld. Und zurückzahlen können wir diese Schulden nur mit Averys Schatz. Aber wir haben ihn gefunden. Er ist auf einer Insel vor der Küste. Okay, hör auf. Gab es... Jemals? Ein Malaysia-Job? Ich... 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 Okay. Komm schon, warte. Elena, warte! Ich verstehe das einfach nicht. Hey, ich wollte es dir erzählen. Mir reicht! Das wollte ich wirklich, aber wie sollte ich... Es einfach sagen? Ich musste dich schützen. Das ist Blödsinn, Nate. Du hast dich einfach nicht getraut, es mir zu sagen. Schon wieder! Ich wusste, dass du so reagierst. Wie würdest du reagieren? Du hast mich angelogen. Wochenlang. Wärst du tot, hätte ich... Hätte ich davon nicht mal was erfahren. Und jetzt hast du einen... Bruder. Wer bist du? Komm schon, ich bin's. Komm schon, ich bin's. Diesmal ist es anders. Oh mein Gott. Ich muss ihn retten. Der Schatz ist mir vollkommen egal. Dein Gesichtsausdruck, als du in dieses Zimmer kamst. Wenn du mich genug angelogen hast, solltest du aufhören, dich anzulügen. Mein Flugzeug wartet. Mach du, was du tun musst. Hey. Hey, was machst du? Lauf hier nah. Wir sind hier noch nicht fertig. Vielleicht wären wir das besser. Was meinst du? Dass es vielleicht einen klügeren Weg gibt, Sam zu retten. Und er wäre? Wir besorgen ihm eine neue Identität. Wir, wir lassen ihn irgendwo untertauchen. Ich habe Kontakt. Er saß 15 Jahre im Gefängnis. Er wird nicht untertauchen. Okay, gut. Lauf du deiner Frau nach. Sam und ich gehen nach Libertalia. Ohne mich? Komm schon, du bringst euch beide um. Na wirklich. Junge, ich mach das hier schon verdammt lange. Ich glaube, ich komm schon ganz gut allein. Hey, du willst helfen, Sullivan? Hab ein Auge auf sie. Wie du meinst. Kann ich dir irgendwie helfen? Geht schon. Pack deine Sachen. Hey, Nathan. Ja, Land in Sicht. Na, was sagst du? Ah, ziemlich cool. Übernimm mal das Steuer. Weißt du, diese ständige Herumlaufen und Überleben um Haares Breite. Wir haben uns nie Zeit genommen, einfach mal zu genießen, wie weit wir es gebracht haben. Ich glaube, vielleicht habe ich es diesmal einfach zu weit getrieben. Ich dachte, es wäre größer. Ja, tja, das ist definitiv der richtige Ort. Ich schau mal, wo wir an Land gehen können. Oh, na ja. Ich meine, ist da eine Insel, stimmt's? Wo ist da eine Insel? Ich suche nach irgendwas Menschengemachtem. Hm. Preisvoll. Piraten gemacht. Hm. Na ja, vielleicht ist Libertalia ja eher sowas. Eine kleine Hütte am Strand. Ja, vielleicht ist er ein Baumhaus. Oder Avery hatte sein Vermögen für die Schatzsuche verbraucht. Und nichts mehr übrig, um Libertalia tatsächlich zu bauen. Das ist eindeutig von Menschengemacht. Hm-mah. Von Piraten gemacht. Hm. Hm. Binnen wir einen Weg zum Turm. Ja. 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 Wie ein alter Aussichtsturm. Okay, dann mal rauf. Das sieht doch gut aus. Irgendein Symbol. Ein Kompassbein? Woher hast du das gewusst? Na, was habe ich denn von dir gelernt? Überall draufdrücken. Guck mal da unten. Das ist das gleiche Symbol. Oh, kein Pfeil. Finden wir raus, wo er hinzelt, oder? Komm, das Boot ist gleich nach unten. Ja. 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 Oh, 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 oh. Schauen wir, wo die Pfeile uns hinführen. Ach, wer ist denn bei der Strategie mit dem? Ich auch, denn du bist noch ein Pfeil. Der Pfeil führt... Hä, der Pfeil führt noch da? Der führt noch von hier nach da und der führt nur da? Ach nee, warum du, David, wieder nie? Ich sehe noch einen Pfeil. Hat er mal der Pfeil, oder? Ja. Hä, der führt von der Insel weg. Hey Nathan, wir kommen vom Kohlsamt. Oh, wirklich? Hä? Wann habe ich den Pfeil gerade übersehen? Ja, ich bin der Pfeil. Ich bin der Pfeil. Hey, schau mal da! Und ich bin der Pfeil! Oh, ich bin der Pfeil. Wie das Tor? Und das Zeichen? So ein Scheiß. Versteckte Höhle, Stufen, sind vielversprechend aus. Nein, den Sprung schaffe ich nicht. 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 Ich habe da noch ein Fallgeater nach oben. Ja, da fahre ich wieder rein, aber ich weiß ja nicht weiter. Wie, weiter jetzt? Nicht weiter. Ja, da fahre ich nicht. 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 Ich finde das noch da beklungen. Ja. 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 Noch ein wenig höher. Wir können an dem Ast schwingen. Das kann keiner auf uns sein. Hä? Wo kommt der Pia? Der hat der hochgeschafft. Oh, guck. Der Haupteingang ist mit Schutt versperrt. Wieder. Tja, ich schätze, Averys Baumeister haben garantiert mich an Jahrhunderte der Erosion gedacht. Garantiert. Wir müssen einen Weg herumführen. Ist der David noch da oder ist er wieder weg hier? Ja. Oh, das glorreiche Leben eines Schatzes. Ja. 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 Nee, ich muss oben bleiben. Ja, ich muss hier lang. Oh, eine Seilbrücke. Dort. Komm. Sieh dich da oben gut um. Gemacht. Und? Da ist ein Pfad. Aber ich seh noch keinen anderen Weg darauf. Warte. Sam! Bist du okay? Zumindest bin ich jetzt drüben. Okay. Ich müsste dich hier raufholen. Warte. Sam! Hast du ein Deck? Sam! Hey! Bist du noch da? Verdammt! Also, wie steht's? Meine Ehe ist kaputt. Oder es ist mein Freund. Ist schon hier oben? Wo warst du? Eine Möglichkeit so und nicht hier raufzukriegen. Okay. Dann spring rüber. Danke. Alles in Ordnung? Ja, alles prima. Gehen wir weiter. Okay. Das muss nicht sein, du. Das ist ja oben. Das ist ja oben. Das ist ja oben. Das ist ja oben. Schau mal, weiter, weiter, weiter. Nichts, schade. Ich dachte irgendwie, ich finde, ich würde nur reffen. Aber nichts mehr. Und, ist da was? Ein Moment. Sam! Zwecklos! Sackgasse! Das ist ja oben. 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 Ich bin nicht sicher. Das ist ja oben. Ablenken lässt. Jetzt bin ich abgelenkt. Was soll das denn heißen? Nichts. Wollen wir? Ja, los. Ich höre mich das nochmal kurz. Und, ist da was? Einen Moment. Sam! Zwecklos, Sackgasse. Ja, was ist das? Okay, dann also wieder zurück. Was jetzt? Ja, es muss einen wieder rübergehen. Ja, was ist das? Hey, hey, schau da unten. Sie trifft uns im Hochschluss. Boah. Hä, wie soll ich denn da drangehen? Das ist das, was ist das? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hier unten ist ein Pfad. 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 Hier konnte das hier niemand finden. Hier unten ist ein Pfad. Hier unten ist ein Pfad. Hier unten ist ein Pfad.